Hallo und herzlich willkommen, ich bin's Lopaka, hier geht's weiter mit Phoenix Point. Ich nehme das hier zwar direkt danach auf, es könnte sein, dass diese Folge einen Tag zu spät kommt. Ich hoffe nicht, falls hier es kommt, tut's mir leid, falls nicht, habe ich nichts gesagt. Ich würde dann am Folgetag wahrscheinlich zwei Folgen hochladen. Genau, schauen wir mal. Das liegt, wie gesagt, an der Arbeitsstelle. So, wir sind in der Zitadelle, wir müssen alle raus, wir haben unseren Zug schon getan. Alles sieht insgesamt ganz gut aus, außer dass Anna da vorne steht. Ein bisschen doof in der Gegend rum, aber wir sind quasi durch. Schauen wir, was passiert. Ja, die Spinnen. Ich hoffe. Aha, das hat nichts gebracht. Das hat ein bisschen was gebracht. Der wird ihn hoffentlich erledigen jetzt hier. Okay, die Spinnen waren ein bisschen döver als die vorherigen, muss man sagen. Und ich hoffe, Anna... Was ist denn jetzt hier? Ach doch, ich dachte, hier waren keine blauen Zeichen, deswegen dachte ich gerade, die dürfte nicht gehen. Aber doch, jetzt kann Anna weg. Und das werden wir dann jetzt auch machen. Vielleicht ziehen wir sich noch einmal zurück und geben nochmal Deckung für... Durch die anderen. Das Einzige, was richtig cool wäre... Guck mal, Jeremy kann da irgendwas treffen. Genau, ein Triton. Dann probieren wir doch den nochmal zu... Ah, so gut kann man sich ihn treffen. Das ist natürlich super. Ach, diese Anzeigen. Schon wieder. Na gut. Ich dachte, wir kriegen vielleicht noch einen mit. So geht's nicht. Dann lassen wir das. Und schauen wir mal, ob irgendjemand noch irgendwen treffen kann hier. Aber ich glaube, dann ziehen wir uns einfach zurück. Du kommst ja sogar schon ganz nach hinten. Max kann schon mal ganz zurück. Dann lassen wir Anna da hinziehen. Oder Anna. Wo Max war. Ach, das geht nicht. Doch, da kommen wir hin. Denn wir müssen nur noch raus. Alles andere haben wir schon erledigt. Ja, jetzt stellen wir uns da ins offene Feld. Aber gut. Ich glaube, so weit kommen sie jetzt auch nicht mehr. Hoffe ich mal. Ja, dich brauchen wir dann auch nicht mehr. Pat kann nochmal zurück. Beziehungsweise, das kann auch einer noch. Den haben wir noch. Jeremy kann auch ein Overwatch machen. Aber das macht jetzt auch keinen Sinn mehr, glaube ich. So, Overwatch. Wer könnte denn noch einen machen? Doch, ihr beide könntet noch einen machen, ne? Ja, gucke. Dann machen wir das noch. Einmal Overwatch in die Richtung. Du kannst dich schon mal zurückziehen. Du kannst auch nochmal ein Overwatch. Ach nee, du hast ja gar keine Waffe mehr. Ach, die wollten wir eine Waffe geben, siehste. Na gut. Das machen wir jetzt auch nicht mehr. Das kommt ja auch zurück. Müssen wir nur gucken, dass wir ihm beim nächsten Mal eine geben. Aber auch das sollten wir hinkriegen. Ah, der heilt sich hier. Stimmt, der hat so ein Heilungsding dabei. Guck, er hat sogar noch was gebracht. Unser Overwatch. Machst du noch was? Ne. So. Wenn Anna es jetzt schafft, rauszukommen, und das tut sie, dann hauen wir jetzt einfach ab. Einzige Aktion wäre noch mit Jeremy. Kommen wir da trotzdem noch raus? Ich glaube, ah, wir können auch von hier. Ne, Moment. Kann ich mir jetzt gerade nicht verkneifen, zu gucken, ob wir noch eine, einen lähmen können. Aber okay, das ist auch wieder ein Scheißschuss. Dann nicht. Dann alle bitte evakuieren jetzt. Es hat zwar wehgetan, aber sie werden sich alle wieder erholen. Und wir haben die zweite große Zitadelle hier in der Ecke ausgemerzt. Sehr gut. Das sind jetzt ein paar viele Klicks für nicht viele Aktionen. Aber gut. Das schaffen wir jetzt auch noch. So. Äh, ne. So. Jetzt nochmal. Raus sind wir. Ja. Oh. Diese Spinnendrohnen ist doch irgendwie klar, oder? Dass die weg sind. Stufenaufstieg für Max. Das hat er sich verdient. So. Neutralisiert. Alle plus zehn. Wir haben so viel zusammengekommen. Oder wir sagen es so. Du hast so viel für uns getan. So, jetzt bin ich gespannt. Also die Synedrion, wir müssten jetzt eigentlich bei 100 Prozent sein. Schauen wir mal. Wir haben so viel gemeinsam durchgemacht. Oder sagen wir es mal so. Ihr habt so viel für uns getan. Unsere Geschichte steckt voller Verrat und Enttäuschungen, dass es uns manchmal schwerfällt, daran zu denken, dass es da draußen noch andere gibt, die unsere Werte teilen. Dies ist nur ein symbolisches Geschenk. Wir können nie wieder gut machen, was ihr für uns getan habt. Aber ich hoffe, das ganze Phoenix Project versteht, wie sehr wir von Synedrion eure Freundschaft zu schätzen wissen. 1.000 kriegen wir an Tech-Nahrung und Materialien. Das ist doch mal ein ordentliches Geschenk. Kann man nichts gegen sagen. Die Hälfte davon benutzen wir gleich mal wieder, um das hier alles aufzufüllen. Jetzt würde mich interessieren, ob da auch eine Waffe dabei ist. Ja, ein Defender ist dabei. Ein Defender? War das ein Defender? David Powell. Ach, der hat auch seinen Defender verloren. Den haben sie ihm auch weggeschissen. Weggeschissen, habe ich gerade gesagt. Dem haben sie ihm weggeschissen. Aber es war doch noch eine andere Waffe. Na gut, wir machen das jetzt trotzdem einfach mal. Schauen wir mal, was die Automatik hier macht. So, zwei Nebelabwehranlagen sind am Laufen. Ich denke, im Tiamat 3, der muss jetzt tatsächlich einmal jetzt zurück. Das sollten wir tun. Staminal liegt bei 15 und so. Und das können wir auch hier machen, wo sie hingehören, nämlich direkt im Phoenix Point. So, aber halt. Wir haben eine Chimera-Granate gebaut. Auch das ist schön. Die Jungs sind auch da. Und der Manticore 1, der fliegt gerade zurück. Moment. Im Manticore 1 sind auch nur die beiden Techniker richtig. Ja. Im Manticore 2. Ah, die sehen auch nicht mehr gut aus, die Jungs. Die müssten eigentlich auch zurück. Vielleicht kriegen wir es jetzt ja hin. Ah, die fliegen auch zurück. Ist das richtig? Nee, noch nicht. Die müssen hier irgendwie, glaube ich mal, zum FE 9. Da haben wir Wohnräume, Nahrung, Krankenstationen. Das ist eigentlich auch alles, was wir brauchen. Okay. Dann heißt es jetzt wirklich Wunden lecken und auch die Jungs fliegen hier hoch. Und irgendwas passiert. Von den Anu. Okay. Wir brauchen eure Hilfe. Sofort. Die Synode der Sehnsucht hat sich gegen die Erhabene gewandt. Dieser dreiköpfige Narr hat ihren wahren Plan aufgedeckt und sie zur Verräterin des Toten Gottes erklärt. Dies ist nicht weniger als ein Staatsstreich und der Auftakt zu einem Bürgerkrieg, den wir uns ganz einfach nicht leisten können. Versammelt eure Streitkräfte. Wir müssen die Erhabene retten, sonst ist die Menschheit verloren. Ich schicke euch die Koordinaten und bereitet euch gut auf diesen Kampf vor. Er wird nicht leicht, aber wir dürfen ihn nicht verlieren. Eine diplomatische Mission der Jünger von Anu, das Schiasma. Obwohl die nur wohlwollen bei 60% sind, haben sie jetzt innere Konflikte und zwar direkt neben unserer Heimatbasis hier. Also wir haben wirklich viel für die Anu getan. Das ist ja der Hauptstandort hier von denen. Die Harmonie der Sphären ist, ach ja, die war hier unten. Projekt Domoroi dauert noch ein bisschen. Gerade bauen wir erstmal die Racklesnake, das ist auch ganz gut. Tja, beratet euch gut auf den Kampf vor, haben sie jetzt auch noch gesagt. Ah, PHB 3, das habe ich gar nicht gesehen. Notfall, hier die PHB 3, die 24 Stunden angegriffen. Und wo ist auch in der Anarktis noch? In der Anarktis natürlich. Meine Güte, aber so, die PHB 3 wird angegriffen. Wollt ihr mich veräppeln? Wieso hat mir das keiner gesagt? Oder habe ich was verpasst? So, ihr seid schon mal da. Ich glaube, in der PHB 3 haben wir gerade niemanden. Nee. Ich weiß nicht, ob der Tiamat das schafft, rechtzeitig da hinzukommen. Ist der? Nee. Doch, müsste eigentlich. Ja. Ja, sollte er eigentlich schaffen. Haben wir im PHB 3 auch alles, was wir brauchen? Ja, bestimmt. Das war unsere zweite Basis. Kann eigentlich gar nicht sein, dass wir das da nicht haben. Das sollten wir auf jeden Fall verteidigen, hier das Ding. Das ist, ähm, heftigst. Ich glaube, da haben wir sogar zwei Krankenstationen. Dann fliegen wir direkt rüber zum PHB 3 und wir haben Rattlesnakes. Das ist natürlich wiederum sehr gut. Ähm, wir bauen noch fünf Stunden die Fender. Wie lange braucht man denn für eine Rattlesnake? Äh, das ist ja, das dauert ein bisschen lange. Ich könnte das mir einfacher machen. So, die Rattlesnake dauert zwölf Stunden. Ähm, naja, eine sollten wir auf jeden Fall bauen. Eigentlich müssten wir drei, glaube ich, haben. War mal zwei. Und dann müssen wir gleich gucken, wenn der Tiamat da ist, dass wir die noch schnell ausrüsten, hier die Jungs. weil die brauchen ja auch noch ein bisschen was hier, obwohl die haben jetzt den Defender und du, wo ist er? Jim, du hast du hast den Defender auch noch nicht, ne? Ne. Den müssen wir dann nochmal bauen, oder ist der hier für dich? Moment. Ähm, nicht Konstantin. David, hast du den Defender verloren? Ja. Aber gut, dann kriegst du, du hast ja noch einen Flammenwerfer, dann kriegst du ihn erstmal Jim, oder wie er hieß. 21, 21, 20, 19, Buch von Mantico 1 ist geheilt und ausgeruht. Achso, die sind da, ja. Ja, du kannst die mal darüber schicken. Dann sind sie alle da. Die Feuerbombe, die Sektion. Der Intelligenzgrad dieser Kreatur ist niedrig. Faktisch können diese Exemplare als intelligente, biologische, intelligente Bomben bezeichnet werden und nicht willkürlich als eigenständige Kreaturen. Sie nimmt keinerlei Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit oder auf irgendetwas anderes, sondern will nur ihr Ziel erreichen. Wie sie es schafft, die Menschen zu orten, wissen wir derzeit nicht. Geruch, Schall, Sicht und biologische Partikel wurden ausgeschlossen, sodass es sich wahrscheinlich um eine Art psychischer Ermittlung handelt. Das Leben der Exemplar weist einfache Verhaltensmuster auf, aber wir haben genug in Erfahrung gebracht, damit unsere Soldaten im Kampf einen Vorteil haben. Gut, immerhin. Was ist das Nächste? Jetzt machen wir erstmal die Chiron-Bibi-Sektion. Ich mache mal das Projekt Dummo-Voy zuerst. Das sieht jetzt irgendwie wichtiger aus. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der das schafft, aber ich hoffe mal. Odin-Granate. Jetzt bauen wir die Recklesnake. Achso, ich habe die Odin-Granate zuerst gebaut. Das wäre auch ein bisschen doof. Okay, das schaffen wir hier, glaube ich. So, die Manticore 2 ist da oben. 6 Stunden, 5 Stunden, 3 Stunden für die Heilung. Und Stamina wird auch ein bisschen brauchen. Die kriegen wir jetzt nicht mehr zur Hilfe ran. Deswegen werden wir jetzt einfach abwarten. Die Frage ist allerdings, obwohl ja, heilen können die sich auf jeden Fall mal, ob wir jetzt wirklich dieses Schiazma hier angehen. Ja, da kann ich jetzt nichts dran machen. Wir warten jetzt erstmal auf den Angriff auf unsere Station hier. Und ich hoffe mal, dass hier, ja, jetzt ist die Recklesnake gleich fertig, die erste. Da ist die erste fertig. So, jetzt müssen wir sie nämlich, das haben wir beim letzten Mal ja falsch gemacht, da haben wir gewartet, bis der Angriff kam und man kann da nichts mehr ausrüsten. Das ist nämlich der Dove. So, Jim, dann kriegst du doch mal als erstes eine Recklesnake. Du kannst sie gar nicht tragen. Das ist wohl ein Witz. So, jetzt kannst du sie tragen, beziehungsweise eigentlich müssten wir einmal gucken, ob der David schon eine Spezialgeschichte hat für die Recklesnake. werfen und einsetzen. das kann er noch nicht. Kann er leider noch nicht. Er hat aber noch hier Kontrolle über ein Geschütz kann man noch mal machen. Ach, wir sind schon, irgendwie sind wir schon, ich habe das Gefühl, man ist schon drüber hinweg, über die, das Aufrüsten hier, aber wir sind noch nicht am Ende. So, Max Aufrüsten, Geistbruch fand ich ziemlich cool. Neuladen, jeder Verbündete, davon haben wir schon ein paar Leute, also wir sollten auf jeden Fall was hiervon machen und ich glaube, der Geistbruch ist einfach am geilsten. Insofern machen wir den mal und geben ihm noch einen Bildenskraftpunkt dazu. Damit ist Max eine echte Killermaschine geworden, der braucht bloß ein bisschen Stamina jetzt. so, ich hoffe, dass das hier alles ausgerüstet wird. Ich gehe mal einmal hier so durch, aber das sieht jetzt erstmal für bisherige Angriffe waren die Schallschockkanate, können wir sein lassen. Die können wir eigentlich sogar, die gefällt mir nicht so, die kann sogar, die können wir sogar verschrotten eigentlich. Ähm, Jeremy ist natürlich gut ausgerüstet. Ach so, genau, eine Sache könnten wir machen. Moment, Jack ist aber, Jack ist auf der 2, richtig? Ja, ähm, wir könnten, ach nee, wir haben gar keinen Scharfschützen mehr. Nee, alles gut. Ich glaube, ähm, wir kriegen das hin, das hier zu verteidigen in den, in 2, 3 Stunden. Auch wenn, genau, die Fahrstuhl ist wieder Mittel. Das, äh, sollte zu schaffen sein. So, wo kommen sie? Hier wahrscheinlich wieder. Ja, 4 davon sind es. Ähm, und die Leute sind ziemlich fit. Ich hätte jetzt gedacht, dass die hier noch kaputter sind, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. So, ich muss mich jetzt gar nicht, wobei wir können auch direkt vielleicht mal in die offene Konfrontation gehen, wenn wir jetzt alle so weit hier oben stehen, dann ist das vielleicht denkbar. Gibt es irgendwas, was wir gut ein, äh, lähmen könnten? Aber eigentlich, die haben wir alle schon mal gehabt. Wenn wir was mitnehmen können, ist das super, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. So, Max, Geistbruch, Killington, könnte jetzt allen 100 Schaden zufügen und sich mit reinstellen. Er hat allerdings auch den schönen Bilderstürmer. Ist das jetzt so wenig, wenn er komplett trifft? Ich dachte, es ist mehr. Aber gut, 300 hat der alleine. Ich denke, dass da erstmal eine Granate hingehört. Das sieht einfach so aus. Das machen wir mal mit Seraph. Das ist einfach zu verlockend. Sehr schön. Ja gut, der haut dann ab. Das ist richtig. Und wir können theoretisch eigentlich da auch mal erstmal weg. Aber nicht, nicht zu heftig werden. So, eigentlich können wir sogar noch einen Schritt weg. Aber gut. Wir können auch sprinten können. Burscht. So, nächste Runde. Zwei Schüsse wären möglich mit dem Ding. Den kriegen wir leider schlechter, als ich gehofft habe. Sonst hätten wir den Triton schon erledigen können, glaube ich. Aber auch hier sollte einiges weg zu kriegen sein, wenn es nicht gerade auf den Panzer geht. Probieren wir es. 13 Schaden ist natürlich jetzt ein bisschen albern. Wollen wir doch noch eine Granate werfen? Ich wollte ihn eigentlich noch aus dem Weg... Ah, du kommst da eh nicht ganz hin. Ich wollte ihn eigentlich noch aus dem Weg stellen, wollte ich gerade sagen. Wer steht denn hier? Dann muss der Max erst mal ran. So, entweder gehen wir näher ran, tatsächlich. Dem Atron können wir jetzt nicht so viel antun. Du stehst... Dem können wir immer noch nur die Beine wegschießen. Den Säurewerfer brauche ich. Ist jetzt mir eigentlich auch wurscht. Ich bin gerne 77. 77 ist doch nicht schlecht, wenn wir da jetzt nochmal schießen. Ja, komm. Der kriegt zwar jetzt was ab, der Max schon wieder, aber du bist ja in der Basis direkt. Der kann ja dann sich gleich schön heilen. 98, das sieht gut aus. So, und dann müsstest du eigentlich ihn auch in den sauren Apfel beißen und sagen, dann müsstest du ihn doch da nieder kriegen. Jawohl. So, jetzt natürlich... Jetzt habe ich noch gar nicht geguckt, wo die ganzen anderen Leute sind. Gut. Schauen wir mal. Ich denke, wir werden uns hier jetzt Richtung... Richtung Töten bewegen. So, wollen wir den Säurewerfer jetzt weghauen oder die Schere? Ich glaube, wir probieren den Kopf wegzuhauen. Das war scheinbar nicht der Kopf, aber trotzdem 103. So, Jeremy bleibt hier und jetzt ist die Frage natürlich, wo die ganzen anderen Leute sind. die stehen wieder am anderen der Welt. Alle drei Techniker stehen hier hinten rum. Hallo. Ups. Entschuldigung. Wir sind weit geflogen. Ja, dann bewegt euch mal, Jungs. Ja, ich will nicht mal die als nächstes. Wo sind die? Da ist... Hä? Na, du kommst sogar noch näher ran, theoretisch. Stellen wir dich mal dahinter. Lass mal da bleiben. Ja, dann bleibst du halt da. So, wenn du jedes Mal als erstes eine Info brauchst. Du nach oben. Es ist mir jetzt noch nicht passiert, dass jetzt auf einmal von der anderen Seite auch nochmal welche kommen. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Wäre ja eigentlich cool, wenn es dann so, keine Ahnung, von allen Seiten Angriffe gäbe. Also was heißt, es wäre cool, ne? Aber es wäre irgendwie realistisch. ja, du kannst ja gleich stehenbleiben, du Nase. Ach so, aber halt, wir können gleich mal gucken, ob das Ding mittlerweile noch eine Rakete eingeladen hat. So, du kommst hier hin. Und dann sind wir eigentlich durch. Jetzt gucke ich nur noch einmal auf die, auf dieses Teil. Ja, es scheint sich tatsächlich automatisch zu laden, ne? Ja. Scheint so zu sein. Und jetzt habe ich wieder was vergessen, fällt mir gerade ein. Jeremy ist wieder nicht mehr rot. Äh, na gut. Ja, du kannst da stehenbleiben. Alles gut, alle bleiben stehen. Was machen die Gagner? Auf die Bulldog wieder geschossen. Die schießen immer mehr auf die Waffen jetzt mittlerweile. Das scheint ein Patch gewesen zu sein, dass die schießen ab. Jawohl. Dass es mehr Schaden auf die Waffen gibt mittlerweile. Also ja, wir standen da ein bisschen offen rum. Würfel zum Thema. Du darfst auch noch mal zurückschießen. Leider schießt du mehr gegen das Gitter. Also Max hat es jetzt ein bisschen erwischt. Schon wieder. Da müssen wir uns mal mit dem kümmern vielleicht. Ich würde sagen, der schießt mal einmal mit der, mit dem Bilderstürmer auf den Atron hier vorne. Und dann, ja, und dann, äh, verzwirbelst du dich mal ein bisschen. ums Eck. Wirklich auch weg. Und dann können wir dich gleich auch nochmal heilen. Direkt. So, denn es sollte eigentlich nicht das Riesenproblem sein, hier, hier für Ruhe zu sorgen. Ich, wie ihr seht, bin ich ja auch kaum noch am taktieren oder sonst irgendwas. Hier sind zwei Atrons. Wo ist denn der andere? Der steht direkt dahinter. So, dann nehmen wir erstmal den aus der Gleichung. Das sah gut aus. Ähm, einen Punkt hat er noch. Und dann schießt er mit der Pistole. Warum nicht? Target missed. Hm, interessanter Sound dazu. Nee. Gut. Ähm, dann geht's hier weiter. Die Bulldog hat ein bisschen was abgekriegt, aber das stört uns jetzt nicht weiter. Ich würde da auf den Triton schießen, aber ich sehe auch gerade schon wieder, wir sind eigentlich schon wieder am Ende, ne? Hm. So. Dann stellst du dich auch mal zur Seite. Bleibst du da stehen. Targeting. Du schießt auf den Arthron da hinten. 84. Gleich nochmal, bitte. Säurewerfer ein bisschen kaputt und 15. Ihr lauft alle mal nach vorne. Damit wir vielleicht noch dazu kommen, dass ihr ein Geschütze aufstellen könnt. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Wie viele Spinnen hast du denn mittlerweile nachgeproduziert? Einige. Aber ist eigentlich jetzt auch nicht notwendig. Aber wer weiß, wir bringen dich mal hier ein bisschen schön in Gefahr. Darüber. Dann kannst du beim nächsten Mal noch eine Spinne schmeißen. So. Hier kommt hier hin. Der kann ja gar nicht laufen. Irgendwie, ne? Alle zwei Meter weit, meine Techniker. So. Ja, mit der Dicken wirst du es wahrscheinlich nicht treffen, ne? Aber wer weiß das schon. Komm, Männer. Ha. Na also. Sehr gut. Dann bleibt er doch einfach stehen. Oder warum will ich noch nach vorne jetzt? Da ist noch ein Triton, ist hier noch irgendwo, ne? Ach komm, Männer. Du bleibst ja jetzt. Du bleibst ja jetzt stehen. Und Pat kann auch mal ein Stück nach vorne gehen. In Deckung im Idealfall. kannst du vielleicht noch jemandem eins auf die Rübe geben in der nächsten Runde. So, das schauen wir uns noch an. Da kommt noch einer nach. Aber ja, das ist ja wirklich kein Problem mehr hier, so ein Angriff. Null Schaden hat Jeremy abgekriegt bei dieser Salve. Aber die Rüstung hat einen Kratzer. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich bin mir sicher, Jeremy ärgert sich. Oh, und als er sich geärgert hat, hat er dann doch noch einen Schuss abgekriegt. 67. Na gut. So geht das natürlich nicht. Was war das? Lauter Geräusche irgendwo. Das sollte es sein für den Jata. Jawoll. Kann es eigentlich auch hier stehen bleiben. So. Ja, wir gehen dann nochmal nach vorne. Was soll das? So. Achso, ich wollte Pause machen. Genau. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit dem Schuss auf diesen Triton und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Wie geht's it? Vielen Dank.